Makro-Rarum-Therapie ist der Oberbegriff eines neuartigen Paketes von energetischen Therapien, welche aus Analytik, Beratung, Klastrophotonen und oder Fluming-Therapie-Sequenzen bestehen. Was ist denn so einzigartig an dieser Makro-Marum-Therapie gegenüber anderen bekannten Entspannungsmethoden? Bucht beispielsweise ein gestresster Mensch einen Yoga- oder autogenen Trainingskurs, ist zur Konditionierung stets ein gewisses Mass an Gedankenfluss notwendig. Dies verhindert, dass grundlegende Blockaden, psychosomatische Leiden und Stressmuster an der Wurzel behandelt werden können. Das Mysterium der Makro-Rarum-Therapie ist die absolute Stille. Nur genau in diesem Zustand können energetisch mittels Klastrophotonen und Fluming-Therapie Selbstheilungskräfte am Klienten optimal mobilisiert werden. Die Klientin, der Klient, darf sich also nur hinlegen, bestmöglich entspannen und die wunderbaren Therapieformen einfach zulassen. Makro-Rarum-Therapie – entspannt, zentriert und regeneriert. Maria Riet! Maria Riet! Untertitelung des ZDF, 2020